Gut essen, Iglo essen. Ja, Iglo Feinfrost, das ist hochwertige Qualität. Denn gleich nach der Ernte, tiefgekühlt, bietet Ihnen Iglo erntefrisches Gemüse zu jeder Jahreszeit. So wie diese Erbsen hier. Auserlesene Erbsen mit dem Geschmack auserlesener Frische. Junge, zarte Erbsen. So frisch und so gut wie alles von Iglo Feinfrost. Gut essen, Iglo essen. Vor allem essen muss frisch sein. So frisch wie hier der Iglo Spinat. Der schmeckt aus der Packung direkt in den Topf. Denn Spinat von Iglo Feinfrost wird sofort nach der Ernte tiefgekühlt und ist damit topfertig vorbereitet. Ja, mit Iglo haben wir das ganze Jahr über erntefrischen Spinat. So frisch und so gut wie alles von Iglo Feinfrost. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Gemüsesorten für Iglo Suppengemüse. Jetzt im Winter die besten Gemüsesorten des Sommers für eine Gemüsesuppe. Schöpfen Sie aus dem Vollen. Iglo Suppengemüse ist auch eine frische Gemüsebeilage. Ein Sommertopf aus zehn Gemüsen. Greifen Sie zu. Ernten Sie die Frische eines ganzen Sommers. Suppengemüse von Iglo Feinfrost aus der Tiefkühltruhe. Na, was wollt ihr wohl morgen zum Mittag? Iglo Fischstäbchen? Fischstäbchen von Iglo Feinfrost sind schon paniert und vorgebacken. Die brauchen sie in der Pfanne nur noch knusprig braun zu braten. Fischstäbchen, die isst der Junge gern, weil keine Gräten drin sind. Und der Vater, weil er das Knusprige liebt. Ein Fischgericht, wie es allen schmeckt. Fischstäbchen von Iglo Feinfrost aus der Tiefkühltruhe. Greifen Sie zu. Gut essen, Iglo essen. Heute gibt es Fischstäbchen. Für unsere kleinen Gäste hier genau das Richtige. Fischstäbchen von Iglo Feinfrost. Die sind aus seefrischen Fischfilets hergestellt und schon vorgebacken. Na, schmeckt's? Prüber! Sollten Sie auch mal probieren, Iglo Fischstäbchen. Bratfertig paniert und tiefgekühlt, kurz. So frisch und so gut wie alles von Iglo Feinfrost. Das ist Rosi Prinzessin, die kann Fisch nicht riechen. Und hier unser Kleinster, er mag die Gräten nicht. Und das ist Papi, unser Feinschmecker. Und da bringen Sie mal Fisch auf den Tisch. Gar nicht so einfach. Aber mit Fischstäbchen von Iglo Feinfrost ist das für mich kein Problem. Die riechen nicht und haben keine Gräten. So essen alle gerne Fisch, die ganze Familie. Es gibt keine bessere Art, Fisch zu essen. Das ist Fisch, den alle mögen. Mein Geheimtipp. Fischstäbchen von Iglo Feinfrost. Also, aufgestellt. Der K hurts zu haben. Das ist Fisch.